ja johann hatte ich jetzt haben sie hatte mein Name ist Apfel und willkommen zu einem um Neu Spiel von der ganze befehlt und mit dabei sind auch sehr viele Leute heil bei holen oder ein okay dann beginnt so mal ganze befehlt euch sitzt euch hin steht wieder auf achso ich hab kein okay scheiße ich bin das jetzt nicht okay du musst sterben alter das ist unfair stirb okay dann war es die noch du musst auch noch sterben und das war noch Ray oder scheiße Wolf dann gehst du auch sterben alter stirb doch winken alter okay ganze befehlt steht auf ups 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 oh sie hat nicht gewusst ist ein Fleck oder ja egal dann seid ihr auch nein nein egal kommt zurück wenn ihr wollt oh scheiße entschuldigung ich hab's gar nicht ja komm das zweite mal ich hab nicht gewusst dass es geht soweit gehen okay ganz schön befüllt euch geht's mal dahin wo die viel wieder links ist ja sie geht du darfst noch mitmachen und weil auch mir muss ja zu zu der fiebe dorthin gehen ja ganz schön befüllt euch wer als letztes zu mir kommt wird sterben weiter mich nicht attackieren alter stirbt doch das ist die die gestorben sind die sollen runter gehen ja endlich tot okay ganz schön befüllt euch geht's wieder zurück in eure reihen also zurück in diese wand da hinten ähm war Tiger überhaupt dabei na egal scheiß auf okay sehr gut okay sitzt euch hin hm hm ähm so dann habe ich eine idee so also ganz schön befüllt euch geht's mal zu der bombe hin so wenn ich auf bei 1 bin dann bombe ganz nah ganz nah wenn ich bei 1 bin dann dürfte weglaufen also 321 mit gestorben so ganz schön befindet euch kommt alle zu mir ganz nah oder geht es mal ein meter entfernt ein meter von mir entfernt so einen kreis bilden ungefähr so ein kreis genauso ich werde jetzt ein paar minen los abfeuern und ja ich würde da werden jetzt ein paar sterben ja ganz befehlt euch ihr dürft jetzt weglaufen okay die die gestorben sind sollen jetzt runter 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 hier schlacht die bestimmte hatte kann aber da wäre ich nicht gestorben also passt das eigentlich das ist jetzt gerade ausgegangen ganz schön befüllt euch geht es mal zurück an der wand zu der wand an der wand hey alle die gestorben sind runter runter tiger runter und darunter genau darunter wo die anderen versager sind nein jetzt hat keine versager ja ok ja manchmal macht man eine grüße ist weg ganz schön nein zieht mal sieht mal euren waffen weg macht mal gewachsen weg ja ich habe dazu nicht die befehle geben ja es sind auch zwei da sie die dafür aber nicht gewinnen okay dann war ich ganz wie fehlt euch kommt zwar zu mir perfekt so ich werde jetzt eine bombe hier lassen aber noch etwas bleiben und ich werde jetzt gleich noch ein paar minien loslassen also ihr also wenn jetzt von euch beiden gar keine gewinnt dann bekommt niemand das gold dann wird aber das gold aber nur noch anstatt auf 2 kakao 5 kaka gestiegen steigt dann auf 5 kaka also der preis halt und wenn ich auf 1 bin dann dürfte weglaufen 3 2 1 0 ok ganz schön befehlt euch kommt zwar zu mir kommt zu mir so jetzt jetzt weglaufen ach so ich habe keinen pot mehr kein wunder ok das gelaufen naja tot was ist das überlebt ja ganz befehlt weil ich gehe mal wieder an der wand ja du hast gewonnen glückwunsch und ich gratuliere ja schon mal und bekommst jetzt die 2 kaka hört mal auf mit diesen ganzen bass weil sonst kann ich hier die 2 kaka nicht geben ihr könnt ihr wenn ihr wollt könnte sie jetzt auch gratulieren und wenn der wollte könnte jetzt auch reden nicht töten glückwunsch und färschen und leid ein zweiter Platz aber kommt trotzdem er ist ok so hey Leute was mal auf ich will die 2 kaka geben was auch so und dann aus der reiweil kommt man kommt zu mir kommt jetzt 3 kommt zu mir ich habe ich treu da war schon ein kleiner feld von mir das nervt ja ich weiß so ein bild wenn er wollte dann auch mitmachen und ich werde dann so machen ihren namen wenn ich jetzt mehr aufschreiben sie haben jetzt gewonnen und dann werde ich halt die zehn leute die halt mal ein erster platz waren dürfte mitmachen dann hat der preis auf 15 kaka er könnte er gewinnt aber bis dahin kommen dann noch noch neun weitere solche menschen und maximal werden es dann bis zu 5 kaka verlust genau und dann bei diesem endspiel also beim finale müssen wir ca 15 bis 20 kaka gewinnen mal schauen ob s2 oder s1 yo und ich hoffe euch hat es gefallen ja viel spaß beim zocken und lasst euch nicht abzocken und bis zum nächsten mal ciao 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 Bis zum nächsten Mal.